Hallo und herzlich willkommen zu den WhiskyDE News am 9. November 2020. Ja, es ist mal wieder Montag, es ist mal wieder Zeit für Whisky News. Ja, wir fangen an mit einem sehr, sehr alten Whisky, einem Ben Romach, 45 Jahre. Er ist ein exklusiver Single Malt The Heritage Collection. Er stammt eben noch aus der Zeit vor der Beschließung von Ben Romach und das war 1983. Greift in Ex-Sherryfässern 42,1%. Also er ist schon relativ nah an der magischen Grenze von 40% gewesen, wo er sich nicht mehr Whisky nennen darf. Bei Ben Romach 45 handelt es sich um die letzte Abfüllung, die noch im alten Design herausgegeben wird und ist jetzt auch bei Whisky.de erhältlich. Vorsicht, der ist teuer. Jetzt haben wir einen Namen für die neue Brennerei von Gordon und MacPhail und das ist ja diese Brennerei, die in den Cairngorm Mountains gebaut wird und deswegen heißt die Brennerei The Cairn und es gibt auch das Logo in der stilistischen Form eines Kerns. Was ist ein Kern? Eine Art Steinpyramide und ich denke mal, das Logo werdet ihr schon sehen. Ich sehe hier leider nur meinen Greenscreen. Genau, weiter geht es mit dem hohen Norden und zwar gibt es einen neuen Whisky von Wolfburn. Es ist der Batch 204 und das ist ein Madeira Cask Finish, limitiert auf 5.800 Flaschen, der fünfte Small Batch Release und hat 46% ohne Farbstoff und wurde bei 5,5 Jahren bei Wolfburn in Ex-Bourbon-Festern gelagert und dann gab es noch ein halbes Jahr in Madeira. Hawksheads hinterher ist jetzt auch bei Whisky.de im Shop verfügbar. Dann gibt es wieder Klassiker aus der Springbank Distillery. 2020 bringt Springbank den Springbank 12 Jahre Cask Strength raus. Diesmal mit 56,1% Alkohol. Dann haben wir noch den Hazelburn Sherrywood 13 Jahre mit 50,3% sind beide bei Whisky.de natürlich im Shop erhältlich. Dann haben wir noch den Kilkaren 16 Jahre Limited Edition. Er kommt aus dem Wiedereröffnungsjahr der Brennerei. Die ist ja so verquickt mit Springbank. Destilliert wurde er 2004 und somit ist es der älteste Mall, der von der Glenn Geil Brennerei zu bekommen ist. Der Kilkaren 16 Jahre mit 46% Alkohol. So, weiter geht's mit MacAllen. Die bringen den MacAllen Easter Elchi Black 2020 raus. Dritte und letzte Ausgabe der Serie und der Whisky in der Serie werden mit rauchiger Stilistik und höhere Alkoholstärke präsentiert. 50% Volumen und es ist eine Ormange an dieses Estate, an dieses Gutshaus, dem Easter Elchi Estate, das auf dem Grund der Brennerei steht. Dann haben wir noch den neu, den 1979 Mostoway Gordon & MacPhail. Gordon MacPhail hat einen 40 Jahre alten Single Malt, der Milton Duff Brennerei, auf den Markt gebracht. Es ist die dritte Ausgabe der anlässlich des 125-jährigen Jubiläums von Gordon & MacPhail. 49,8% Volumen und es gibt nur 164 Flaschen. Also sehr, sehr knapp. Dann haben wir noch den Glenn Allerkey. 21 Jahre Cask Strength. Limitiert auf 1600 Flaschen. Ist das erste Badge mit 51,4% ABV und greift in PX Fässern. Kommt am Ende des Monats auf den Markt. Wo der alles hingeliefert wird, ist leider noch nicht bekannt. Dann kommen wir weiter mit Irland. Irland. Bushmills Irish Whisky. Bushmills Irish Whisky enthüllt die Causeway Collection. Es wird eine Serie in extrem seltener und einzigartiger Fasslagerung. Alles natürlich von der Old Bushmills Distillery. Die Reihe startet mit zwei Fässern, die in Fassstärke abgefüllt sind. Der 2008er Muscatel mit 56,4% mit nur 1.454 Flaschen. 1995 Malaga ein Fass mit 53,5% oder Fässer und es werden nur 2.491 Flaschen auf gebracht. Leider sehr exklusiv und wahrscheinlich nur in Irland erhältlich. Dann haben wir eine Nachricht von St. Kilian. Haben sie ihren nächsten Whisky raus? Ja, aber diesmal einen anderen und zwar den Bud Spencer Whisky. Ja, die haben sich die Namensrechte gesichert und bringen jetzt einen Bud Spencer Whisky. Bud Spencer wurde berühmt als Carlo Pedasol in Italien geboren und er kämpfte immer an Seite von Terence Hill für das Gute und das Recht und hat da öfters mal ein bisschen ausgepackt und so ein paar Böse vermöbelt. Ja, und es ist eine Ikone. Die Filme sind absolute Klassiker. Der Whisky kommt jetzt raus ab 16. November auch bei Whisky.de erhältlich. Ist vom Erscheinungsbild, komplett anders als alle anderen St. Kilian Whisky und hat 46% Volumen. Ja, und eine letzte kleine Nachricht in Eigenwerbung. Es gibt zwei neue Newsletter bei Whisky.de. Vorsicht, das sind tägliche Newsletter und das sind automatische Newsletter. Ja, wenn man sich den neuen, neue Artikel und alle Angebote abonniert. Den Newsletter kriegt man täglich, ich glaube abends irgendwann ist das, die Nachrichten über neue Preissenkungen, neue Angebote, neue Sonderangebote von Whisky.de. Und wenn man den neuen Artikel sich abonniert, dann bekommt man alle Artikel, die wir über den Tag online gestellt haben. Also für alle die Fans, die immer wieder alle das Neueste sehen wollen und regelmäßig bei uns im Shop sind, kann man sich das jetzt ganz bequem als Newsletter abonnieren. Da kann man sich an jeden einzelnen Whisky auspicken und sich dann im Shop genauer anschauen. Achtung, wer alle Newsletter abonniert hat, wird hin und wieder ein paar Doppelungen bekommen. Ja, ansonsten vielen Dank für's zusehen und bis zum nächsten Mal.